Servus! Willkommens zurück bei Gamelive. Ich bin's euer Manu und heute mal wieder was von Overwatch. Wie man mit Tracer spielt oder wie man mit der Tracer klarkommt. Ups, da hab ich falsch gedrückt. Moment. Nicht mit sollte, ich mein Tracer. Wie man mit Tracer spielt. Ich hab's von einigen Partys mitgekriegt, dass man die Scheiße spielt oder dass sie halt richtig scheiße rüberkommt. Typisch offenbar nicht so, stimmt, aber wenn man mit ihr klarkommt, dann ist's gut. Ich war wohl nur in Schwachsinn, glaub ich, ne? Ja. Tracer ist, ja... Ich weiß nicht, ich komm mit ihr klar. Die anderen werden halt ein bisschen angepisst sein, aber... Wenn mit der kleinen Bitch klarkommt, ist der Match. Auch gut. Würd ich sagen, dann spielen wir mal los und dann höre ich mal auf zu babbeln. Ja. Wir sehen. Wird's von mir, damit ihr aufgerufenet? Oh, crap. Tja, ich hab's dabei. Ach, das macht mich ja gut. Ja. Ja, wir müssen machen. Genau das Richtige für mich. man muss immer gucken wo die kleinen medipps sind jetzt einfach mal mit die weg da haben wir noch eine tracer tracer gegen tracer scheiß aber jetzt habe ich die genackt man muss auch einen guten heiler manchmal haben auf dem tank sollte man nicht immer so los gehen wenn schon auf die kleinen oder auch so da ist die schon wieder die kleine die hol ich mir ja gegen reaper das ist tracer und reaper zwei gegen einen scheiße gut da habe ich jetzt meine ulti das reicht wenn ihr mal lust mit zu zocken diese scheiße zu labern oder immer ein bisschen was für ein verkehr draußen ist kein verkehr was ich sagen wollte wenn ihr lust habt mal mit zu zocken schreibt euer gamer check mir oder privat auf der facebook-seite bei uns bei game life muss ja nicht jeder helfen so wie ich bin so wie eine kleine ratte man muss man muss wie so eine ratte sein fach also was so ein schwein vor dir ich werde so ab sofort wenn ich die zeit habe so kleine videos hochladen so abschnitt videos wenn es mal fünf minuten geht kurz gebabeln und musik rein weil ich finde ich zockt dann konzentriere ich mich und habe keinen bock zu babbeln so ein bisschen schummeln so in etwa spielt man die fast ein mal muss nicht auf speed sein dass man die spielen kann die die das ist